Bist du, bist du Impostor? Ja. Oh mein Gott. Hm? Auch. Willkommen zurück. Äh, Vini? Ja. Kannst du einstellen, dass ich auch Impostor bin? Du, ich wünschte, ich wäre. Lass mal zusammen jetzt einfach werden, okay? Okay, passt. Okay, let's go. Ey, yo. Bah, wer hat da gerade gefurzt? Hat sich immer die Nase gefurzt. War redig. Achso. Oh, Mist. Geil, 2-Mate. Und sie meint der Fall. Endlich. Ich hab Schlüssel, ich hab Schlüssel. Ja, welcher Schlüssel? Ich hab Schlüssel ab dir, welcher Schlüssel? Sagt, sagt die Nummer der Schlüssel. Sagt die Nummer der Schlüssel. Ich hab den zweiten von rechts. Ich hatte oben rechts. Einen Schlüssel ab. Einen Schlüssel ab. Einen Schlüssel ab. Ube-Rechts 준 den, ey, was? Ich hab den zweiten unten rechts, ich hab den zweiten unten rechts. Hörbel? Was? Ich hatte unten rechts. Ich hatte oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Oben. Achso, okay. Kapper. Gçi-Gang-Selda. Dieg-Gang-Zé-Recht-arle. Lass einfach stehen, dass ich hinter dir stehe. Weil dich jemand stack. Ich glaube, es ist Simon. Aua. Ja, ja. Du bistποJojo. Und wen soll ich abschleichen, Chat mia? Wer kann hier scannen? Ja, leider ich nicht. Lass ihn doch nicht. Lasst einer rein. Held ringen. Ja, ja. Lass es! Nicht töten! Lass es einfach! Komm, Revi ist dann wieder geklappt! Ich schaff's eins jetzt! Unten rechts! Also, Bine! Alter, Leute, Leute, Leute! Kabine und Revi haben beide von mir Unge und Kev getötet. Das ist Bullshit! Das ist Bullshit! Das ist Bullshit! Und Chef Strobel ist tatsächlich... Nein, Junge, lass mich doch ausreden! What the f***, Alter! Chef Strobel stand alleine in Specimen drin und einer ist nach links noch rausgelaufen. Das ist so. Warte ganz kurz! Ich hab ne ganz interessante Info für den Punkt. Chef ist 100% innocent, weil er vor mir gescandert hat. Ich hab ja auch die Scandtasse. Tja, dann hab ich wohl gewonnen. Oh, schade. Lass Revi zuerst, Revi zuerst. Und danach ist Sabine. Wir kosten Runde! Jetzt glaub ich schon wieder im Poster bin, Alter. Digga, es war auch Anlage, dass Chef Strobel da kommt. Das ist einfach... Digga, was für ne Sch***, Alter. Ach, hör auf zu reden. Der Monge ist any%... Digga, einfach nur unlucky, dass der da um die Ecke kommt. Das ist echt so. Wer geht da hin? Wer? Ich hatte nur eine Task und du... Ja, Revi Wohntagfall! Nein! Revi! Ich wollte Unge. Das ist haram. Hey, Revi, wie schlecht war das eigentlich, dass du den Specimen tötest? Mann! Digga, dass der da reinläuft, Alter. What the f***? Nee, aber den Specimen, du kannst nicht raus. Da gibt's kein Wenn, nichts. Das ist so dumm wirklich, Revi. Ich sabotiere jetzt die ganze Zeit, bis die nichts machen können. Sau nervig. Es war einfach dumm, Revi. Es war einfach dumm. Revi, also dass du jetzt verloren hast, war einfach nur deine eigene Schuld, weil du dumm bist wie ein Sch***. Sabine hat, glaube ich, sogar zuerst gekillt. Ja, nee, du hast zuerst gekillt. Das... Sabine ist der Zweite. Sabine ist gone. Hey, Sabine, nicht schlecht trotzdem. Oh, Mann. Dass du dich für ein Double Kill getraut hast, war stark, aber Revi war stark. Halt's Maul, Alter, what the f***? Ja, war eine gute Runde, Revi. Du hast gut gespielt. Danke, Miki, danke, Mann. Easy, Leute. Noch in Wayne, let's go. Evi war eine richtig gute Post-O-Runde für mich. Ich hab mich fürs Team gemacht. Evi war stark, was sagst du zu deiner Leistung? War gut, ich bin zufrieden. Ey, Junge, ich werde... Ja, ich hab den links. Ich hab hier Schlüssel. Wird er von links? 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 Hallo, Revi. Hallo, Fene. Hey, na? Also, irgendeiner lügt hier. Wir haben nicht alle diese Aufgabe. Ich hab sie. Was machst du denn dann? Ich hab sie einfach nicht. Revi, wenn du mir glaubst, kannst du mit mir jetzt mitkommen. Ich komm nicht mit dir mit. Okay, Revi, ich vertraue Revi. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir kein bisschen. Okay, aber komm mir trotzdem mit. Komm mir trotzdem mit. Ey, wenn Revi stirbt, wenn ich es. Wenn Revi stirbt, wenn ich es, weil... Revi, komm jetzt mit mir. Nein, ich komm nicht mit dir. Was willst du? Du willst dich einfach losbringen. Revi, bleib bei mir. Komm mit, komm mit, komm mit, Revi, komm mit. Nein! Ich muss hier was downloaden. Hier, Revi. Der ist so dumm, oder, Veni? Ja, das ist Simon. Ja? Was machst du? Warum dauert das so lange bei dir? So fertig. Revi, ich bin auch noch Revi. Warum dauert das so lange? Ich bin schon fertig. Ziemlich sassig, werde ich jetzt warten. Na, Wien hat die Aufgabe gefankt, Freunde. Oh, da duscht einer. Geil, da duscht einer. Da duscht einer. Geil. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Okay, ich vertraue Chef. Ich vertraue Chef Strobel nicht. Ich vertraue Fiene, aber. Chef Strobel, wo bist du gewesen in die Runde? Ich war die ganze Zeit mit der Nico unterwegs. Und dann habe ich gedownloaded am Ende in Websites. Und ich habe einen Upload mit Unge. Und Unge hat auch davor gedownloaded bei, wo Lifeline ist. Okay. Miki, dein Abzug. Wieso hat der so lange gedauert? Das habe ich die eben schon gefragt. Weil ich gucken wollte, ob du den Abzug machst. Nee, nee, Miki jetzt im Poster. Miki klingt so krank. Miki hat auch keinen Alibi, Miki. Wunder Alibi, wo? Miki hat am Abzug eben sehr lange gestanden und hat gesagt. Ich stand communications bei euch. Ich hab mich abgeholt. Ich wollte Revi. Ist ne Lüge. Ey, Miki stand nicht bei uns. Miki ist erst ganz am Ende dazugekommen. Lügen, Miki, raus. Ja, raus. Ich bin Imposter. Es ist so geil gewesen. Was macht ihr Geiles hier unten, ihr Geilen? Ich bin mir sicher. Warte kurz. Hör mal auf Revi, bitte. Was geht? Bist du Imposter? Ja. Oh mein Gott. Du? Auch? Und dann habe ich noch, meine letzten Aufgaben sind im Lab. Und dann bin ich fertig. Hallo. Hallo. So und Jungs, kommt keiner mit nach dem Labor. Ich habe Angst alleine zu gehen. Ja, ich muss im Labor meinen letzten Haus machen. Aber einen habe ich noch im Labor. Ich habe noch im Labor. Ich habe noch im Labor. Ich habe noch im Labor. Meine letzte ist bei Security. Baby, wo musst du hin? Hä? Wo musst du hin? Wollen wir in Camps gehen? Ja. Wie geht's dir heute? Mir geht's super. Wie geht's dir? Mir auch. Hey, Fina. Hey, Fina. Hey, Fina. Guck mal. Kling einfach. Aber die sind zu dritt. Das heißt, wir beide sind es. Wir müssen die kennen. Komm, komm, komm. Wir müssen, wir müssen. Kommen die hier raus? Wir haben eine Aufgabe noch oben, by the way. Wer hat meine Freundin getötet? Es kann doch Revi oder Waze sein. Ja, also es können Chef, Nico und ich nicht sein. Wir waren zusammen. Revi, sag mal, wo du bist. Ich bin gerade in Admin, mein Freund, am Lifeline Panel. Okay, und? Wie lange ist Sabine schon tot? Wie lange ist Sabine schon tot? Das habe ich nicht gesehen, weil ich dann noch meinen Cardswap gemacht habe und gerade erst reingeschaut habe. Okay, und Waze, wo bist du? Ich habe gerade Legica gefixt und bin in Security. Wo liegt Sabine? Chef, Nico und Unge, wir sind gerade Security. Wo warst du denn genau? In den Camps. Stehen wir gerade? Hä? Dann müsst ihr mich gesehen haben. Ja, aber hast du uns nicht gesehen? Also, ne, ich habe euch nicht gesehen. Wir stehen im Cam-Raum gerade. Ja, da sind ja keine Camps drin. Die Leiche liegt in Camps. Warte mal, welche Leiche hast du gefunden? Welche Leiche hast du gefunden? Sabine, die Leiche liegt in Camps, die Leiche. Ich habe die mit Chef und Nico gefunden. Wir sind gerade in Camps und die Leiche liegt da. Und Baze stand da nicht. Hä? Ja, keine Ahnung, was du da hast. Vielleicht war es auch Leggy. Kann das sein, dass du einfach gewendet bist? Also, ich stehe gerade an den Camps. Ja, okay. Und Rewi? Ich stehe gerade, wie gesagt, hinten bei Lifeline. Ich bin gerade ans Pendel gegangen, nachdem ich meinen Cardswap gemacht habe. Und ich glaube, dass Baze tatsächlich auch, wenn er eine Leiche sehen würde, dann würde er sie auch beforfen. Aber warte mal, habt ihr die Camps angesehen? Ja. Haben wir. Chef, Nico, wir wurden, Rewi ist vorbei. Hä? Warum mich denn? Ja. Digga, ich war in Lifeline drin. Bist du lost? Wo liegt Sabine denn überhaupt, Bro? Ich wäre in Lifeline drin gewesen. Die Sabine liegt vor Lab. Hä? Digga, ich war ganz so anders. Wieso werde ich jetzt rausgevotet? Weil Baze. Hä, Baze, bist du dumm? Hä? Seid ihr doof? Weiß, ich weiß. Warum tust du mir das an? War cool mit meinem Vent, ne? Baby, wieso tust du mir das an? Ich dachte, wir sind... Nein, sind wir nicht. Wir sind gar nichts. Ach, Baze. Lass mich, bitte. Ich denke, wir sind. Ach weh. Wie schnell ist hier? Mach aus, mach einfach aus, mach einfach aus. Geil. Guck mal hier, umgelaufen das Messer. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab ihn reportet, bevor er mich gekötet hat. Oh mein Gott, Chef. Chef, warum hast du einfach deinen Task gemacht? Der hätte mir gewonnen. Äh, ich muss die Kabe machen. Ich hab eins oben gemacht, der hätte runterlaufen. Ah, ok. Oh mein Gott. Ey, ich bin da hingelaufen. Ey, aber es ist Simon, es ist Simon, es ist Simon. Es ist Simon. Oh Mann, Digga. Ey, habt ihr mich jetzt wirklich gewotet? Nein, wir haben Chef natürlich gewotet. Oder nicht? Es kann eigentlich nur Chef sein. Also, er hat auch vor meinen Augen gekillt, ist rüber gewendet. Die Sache ist, Baze stand mit mir rechts und Chef war nicht da. Also kannst du chaptern. Genau. Ich hab gedacht, Revi ist es, weil Baze hat seine Lüge gut aufrechterhalten. Mann, wir waren es beide, du Autist, der ist so dumm. Wir waren es beide, Simon. Wir waren es beide.